Ja, da sind wir wieder. Ja, was soll ich noch zu dem Absturz sagen? Die passieren anscheinend öfter. Der Fix hat wohl nicht viel gebracht, obwohl der von mir auch geschrieben hat. Er hat's probiert und konnte damals vier Stunden am Stück für sich spielen. Ohne Abstürze, was ja für Fallout schon ein echtes Highlight ist. Ich würde auch gerne wissen, wie das ganze Spiel denn ungepatcht ist, wenn es sogar mit Patches ist. Ist ja, wer so ein 1.7 so scheiße läuft. Aber dann gut. Ich denke mal, das liegt auch an Traps, dass es so oft abschmiert. Warum es nur in Häusern ist, kann ich auch nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt als nächstes die Aufgabe, nach meinem Field zu gehen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es in der Außenwelt nicht abschmiert, sondern nur in Häusern, weil es bis jetzt nur da passiert ist. Ja, und dann setzen wir es eben auch aktiv zum Spielplatz im Minenfeldreisen. Ja, warum nicht? Klingt toll. Chevin ist da. So, da haben wir die Karawane. Gehen wir direkt mal rüber. Willkommen im Megaton. Ach, hier ist er. Ah, willkommen, erschöpfter Reisender. Sie sehen so aus, als könnten Sie etwas Entspannung und eine chemische Aufmunterung gebrauchen. Ziehen Sie nicht weiter. Ich bin Doc Hoff, Lieferant feinster medizinischer Waren und chemischer Hilfsmittel. Wie kann ich dienen? Ja, wir wollen was kaufen, aber eigentlich eher verkaufen. Sehen wir doch mal, was der gute Doktor in seiner Tasche hat. In den verkauften Diagrammen, das braucht man, um selber Items herzustellen. Kennt man vielleicht von anderen Spielen. Man sieht dann, was man für Items braucht und kann die so ein bisschen zusammensetzen. Die Teile kenne ich gar nicht übrigens. Die Bungerfrüchte. Ja, was hat er denn noch? Er hat nicht viel Tolles. Das heißt, wir gucken mal, wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen... Wir haben noch immer so viel Müll gehabt. Ja, Granaten nehme ich dir mal mit. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das ist auch nicht. Das ist dann noch 130 übrig. Es gibt fünf, dann können wir ihn ja noch einkloppen. Und... Dann... Stetigen wir einfach mal. Haben fast 1000 schon. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch... Und wir lassen ihn dann einfach mal hier in Ruhe stehen. Speichern nochmal. Ähm... Werde ich auch nochmal einen richtigen Safe machen. Als Ersatz, falls... Der... Quick-Safe mal korrupt wird oder so. Nennt sich so. Klingt ziemlich scheiße. Und dann mache ich mal einen kurzen Schritt. Ja, weiter geht's. Da hat eben das Telefon geklingelt. Man kann ihn nicht mehr in Ruhe aufnehmen. Ähm... Ja, wir wollten nach Mainfield laufen. Mit Sharon im Anschlag. Der... Diesmal seine Shotgun so richtig trägt. Achja, und die hatten noch Waffen übrig. Die wollte ich schnell noch weg reparieren. Bisschen mehr Damage. Hier auch. Bisschen mehr Damage. Sogar zwei Punkte. Sind auf halbem Gewicht angekommen. Das ist noch zu verkraften. Ja, wir sind hinten eine Menge Häuser. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist. Kennen ja auch nicht alle Orte in dem Spiel. Hm? Okay, warum... Warum heißt das denn noch eine Markierung? Machen wir die weg? Da will ich ja gar nicht hin. Ich will nach Mainfield. Was ist da oben? Wenn wir falsch laufen, ist kein Wunder. Die Sachen sehe, die ich nicht kenne. Da haben wir irgendwo einen Gegner. Ach, eine Motte. Ja, da war eine Motte. Nehm man das Fleisch einfach mal mit. Ist kostenlos. Und wiegt nicht so viel. Kann man dann schon mal ein bisschen was sammeln von. Ich werde weiterhin... Oft... Speichern. Man merkt mittlerweile warum. Hm, da haben wir eine Hausruine. Will ich da hin? Da hinten schleicht auf jeden Fall jemand. Das sieht sogar aus wie ein Enklave-Säure aus den beiden. Ja, gehen wir mal gucken. Wenn es ein Enklave-Säure ist, dann ist es auch nicht schlecht. Dann haben wir für Cheven eine richtig fette Rüstung. Eine der besten im Spiel. Okay, hier liegt schon jemand. Ist das einer? Das ist echt ein Enklave-Säure. Ja, warum der hier ist? Gute Frage. Ja, was ist denn noch? Komm her. Man sieht 55 Erfahrungen. Die sind recht stark. Und ich gehe davon aus, dass sie noch mehr... Was ist das denn? ja talent und zwar sind die talents glaube ich nur dann böse wenn man ein gutes kammer hat das haben wir momentan aber ist ja nicht schlimm die droppen nämlich immerhin die talent rüstung die reparieren wir uns hoch und ziehen die dann an die hat nämlich schon ordentlich def und wo er hat noch was gefunden anscheinend ja wir sehen leger gewehr wert 302 die teile sind echt cool anfangs ziemlich selten gern um so ein typ herum rennt und wir sind überladen wir stehen komm komm her komm lauf nicht weg lauf nicht weg du bist du ein arsch komm her ja ich will mich auch nicht verstecken ich möchte dass du jetzt aber ich wohl auf da unten ist irgendwas ist das denn nach nahmeisen wir sollten unsere ausrüstung tauschen das heißt wir können sachen geben er hat schrotpatronen stehen 20 da sind aber unendlich viele und warum jetzt die enklaven rüstung gesehen 21 schutz obwohl die mehr als halb kaputt ist gibt ihm sogar ein bisschen stärke wiegt aber sehr viel die haben die wir auch dazu und sie werden sehen wie er sich umzieht da ist er schon angezogen wir werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr so laut reden hören weil er den komischen helm auf hat deren ja der dämpft den schall so ein bisschen gucken was hier drin abgeht da soll den ofen da ist eine pfanne die brauche nicht ja da liegt noch ein kamerad drin da meine muni kiste 10 mm ist nicht mehr unbedingt das was ich jetzt haben will und das sieht auch schon mal nach dem buch aus trainingshandbuch für spezialeinsätze dürfte schleichen sein weil die japs in dem spiel ziemlich viel rum schleichen ja mein pümpel drinnen warum man nicht warum ich jetzt schon so voll überladen hat dann nicht viel mitgenommen außer das läger ding man könnte sich eigentlich ein spot auf dem map markieren weil vielleicht spontan ist ein enklaven typ aber erstmal bin ich wahrscheinlich die rüstung verreparieren wir sehen ja der 20 schutz das ding was wir haben es ist dass wir den die machen die zwar nicht so um den toll aus tollen sachen bekommen wir später ja lasergewehr brauchen wir nicht beinden wir haben eben nur 20 schuss haben wir 20 und sehr werden 20 schuss der schluggewehre können wir noch mal ein bisschen reparieren das da ist aber trotzdem frei wir können einfach mal das lasergewehr reinlegen und uns anschauen wie es dann aussieht ja überraschend es ist eine laserpistole in groß ein großer toster und ich werde einfach mal probieren hier eine markierung zu setzen dann guck mal nämlich später noch mal hier wieder sind und klar wird die bis bord das hat nämlich dann den einfachen grund dass wir schauen eine reparierte rüstung geben können repariert heißt wie wir wissen mehr schutz weiß nicht ob es bei ihm viel bringt er hält sich immer selber aber genau kann man machen er weiß mich schon daraufhin vorsichtig zu sein sollte man mal im wasser eh da sind gerne mal meierlurgs drinnen da unten sind schon so eine eier das heißt wenn ich da rangehe kommt ich mit einer angerannt machen wir einfach mal gibt immerhin erfahrungen falls ich den treffe momentan ist noch nichts hier öffnen haben wir ein bisschen fleisch drinnen sollten aber mitnehmen ist immerhin ein bisschen was wert das von jungen brauchen wir nicht ja da kommt anscheinend auch nicht raus denke ich gedacht dass wir schon hier angreifen wird dann nicht alle durchsuchen nur noch hier den stack wenn er geht da ist nichts drin und gucken wir einfach mal kleben auch noch so ein teil dann und ich glaube ich will jetzt darüber das heißt wir schwimmen jetzt mal schnell dahin haben übrigens jetzt noch keinen crash gehabt was mich sehr erfreut weil da kann ich immer in der überwärts ordentlich spielen und nur in häusern drinnen mit crash fashion ja hier haben wir auch noch ein paar er und er kommt daher